Holzrahmen Kann ich einen Webstuhl? So, und hier machst du Gleich Ich muss noch mal schauen, was ich brauche Und kann ich hier das freischalten? Benötigt Flausch Die Sachen finden da eh drinnen Okay, die Lagerplätze müsste ich jetzt im Endeffekt so oben hinhauen damit die Dings Kann ich das verschieben? Dass die nicht so weit fahren braucht, ne? Packen wir die zwei großen hin Den packen wir da hin Und so Und den packen wir da hin So Falscher Knopf Holzrahmen Und den Bohrer Packen wir da hin Obwohl, ne die Bohre können wir da drüben auch hinpacken Beziehungsweise Motosensen So, das nehmen wir mit Sehr gut Jetzt läuft sie hinten ran Dann braucht sie nicht mehr rundherum fahren wie eine Doofe Okay, ist voll Ist voll Bringt die das jetzt hier hin? Bam, aber wie Sehr cool So, runter damit Runter damit Jetzt habe ich das Skateboard gesehen Warte Auch hier machen wir dasselbe Die Lager kommen jetzt alle da oben hin Und die Lager Kommen da nach unten Dann müssen auch wir weiterlaufen Aber das macht nichts Wir ernten Bei den Sachen, die Was ich mal weiß Die können wir mal unten reinpacken Da war der Futter Kann ich gleich da rein klatschen Haben wir jetzt hier unten eigentlich auch noch irgendwo Futter drin Da haben wir Futter drin Und hier haben wir Futter drin Hängen wir nicht voll Sehr gut Haben wir denn sonst noch was Nee, erstmal nicht Die ist hier noch am hinpacken Tickets haben wir noch keine Ähm, wo ist da der Laden? Beton, bringen die das nicht? Und hier kann ich nicht sagen Ich stelle einen zweiten an Warum ist das gesperrt? Es geht mir viel zu langsam So, Wohnräume können wir keine mehr schaffen Aber hier ist ja auch voll, oder? Hier ist voll Hier hätten sogar noch zwei Leute Platz Hallo Bob Bob Nee, haben wir nicht Einladen Und was bist du? Aha Aha Okay Inboard und Export ist aktiviert Achso, da muss ich ja zuerst irgendwas annehmen Achso, das muss ich in der Map machen Exportieren Was werden? Proteine haben wir nicht Reis habe ich nicht Kuhmilch könnte man machen Jetzt ist die Frage Liefert die das auch? Nicht importieren Brauchen wir erstmal nichts Jetzt wäre halt die Frage Ob sie das auch hier hinhaut Warte, die kriegt jetzt noch schnell Zuhause Die zwei So, wunderbar Haben wir hier jetzt schon alles freigeschaltet? Stadt Dekoration Kaufen Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das alles bauen soll Kuhmilch Ah, das ist die normale Kuhmilch, oder nicht? Ja, das heißt, sie darf das nicht weiterverarbeiten So Inventar, das heißt, die kommen rüber Ok, wir haben hier keine Saatgutweizen. Plattgemüse. Ok. Ich habe kein Mais. Also ich sage, ich packe eines hin. Ne, warte mal. Start. Da, Zucker. Mach mal. So. Hier, das ist halt schon normale Milch. Oh nein. Ok, warte mal. Hier haben wir. Was haben wir hier? Oh, Verkaufsautobaten. Ja. Einmal hier. Und einmal packen wir den hier hin. Eine andere, ok. Die packen wir direkt da neben der Uhr. So, dass ich das nicht drehen kann. Und eine packen wir da hin. Das sehe ich halt alles nicht. Ich generiere dir eine kleine Menge. Egal, aber wir schauen, dass wir jetzt raufkommen zum Beton. Ok, das sieht alles hier eh ganz gut aus. Schauen wir mal, was mit dem Beton los ist. Also, hier kann kein Beton hergestellt werden. So, dann nehmen wir das jetzt mal ganz schnell selbst. Selbst in die Hand. So. Dann brauchen wir hier noch einen. Da macht der Beton draus. Passt. Gut. Ähm. Da. Zum Aufladen. So. Könnte ich jetzt... Könnte ich jetzt... Ich könnte noch... Also, der eine Laden hier unten ist noch nicht mal fertig. Weil eben die zwei Beton fehlen. Weil eben die zwei Beton fehlen. Alles klar, warte. Ich schnapp mir die. So. Und rein damit. So. Ja. Sehr schön. Verwalten. Ein Moodle-Restaurant. Oder wir machen eine Saftbar. Saftbar, glaube ich, wäre besser, ne? Und da hauen wir sie rein. Und wir machen Karotte, rote Beere, Honig und Apfel. Apfel, glaube ich, haben wir noch nicht. Tomate und Karotte. Karotten haben wir. Okay. Wir müssen schauen, dass wir Samen rauskriegen. Okay. Apfel habe ich schon gesehen. So. So. Statt Erdbeere, mach mal. Rote Beere, Hammer Karotte haben wir. Apfel. Und Apfel. Jetzt bräuchte ich nur meine Tomate. Und Tomatensamen. So. Warte mal. Die Sachen brauchen mal dort nicht drin sein. Die kannst du reinhauen. Dann. Der hat auch nichts drin verloren. Und der Ananasrahmen. Und der Ananasrahmen. Oh, das sieht aber cool aus. Ja. Mhm. Das heißt. Blödsinn. Die Honigflaschen. Die werden unten ja jetzt schon gebraucht, oder? Mhm. Ne. Honigflaschen werden nicht gebraucht. Karotte, rote Beere, Tomate und Karotte. Okay, dann kann ich die Sache eigentlich wieder da oben reinschmeißen. Wunderbar. Wir haben tausend Münzen. Was? So, die Milch. Nehm ich. Die rote, bitte. Die rote, bitte. Oh, die macht das schon? Seit wann denn das? So, warte. Die rote, bitte. Kann man reingeben. Ananas und Milch kann ich verkaufen. Die eine Milch bringe ich hoch. Und Ananas und Milch. Das kann man alles da rein. Die Milch nehme ich. Äh, Zuckerrohr. Achso, warte, die Milch bringe ich hoch. So. Die Milch nehme ich. Ich finde den Hut irgendwie voll cool, nur kann ich sicher entziffern, was da drauf ist. Irgendeinen Eingang oder so. Ähm, Honigwaben. Das können wir alles verkaufen. Haben wir mal was hier in den anderen rein. Oh. Auch die Verkaufsautomaten kann ich jetzt befüllen. Okay. Gut gemacht. Was für ein großer Erfolg. Du hast jetzt Zugang zum nächsten. Ja, passt schon. Du sagst immer dasselbe, Freundchen. So. Dann hauen wir hier rein Milch rein. Das nehmen wir. Warte mal, haben wir da jetzt schon wieder neue Sachen? Nicht Import, Export. Karotten. Karotten. Acht Stück Karotten. Warte, da wäre es vielleicht doch nicht so schlecht, wenn ich sage, wenigstens die Exporte haben wir hier noch mit ran. Das ist halt die Frage, habe ich Karotten noch hier unten? Nee, das heißt ich muss ihm hier bei Karotten wegnehmen. Oh nein, ich habe keinen Platz. Oh nein, ich habe keinen Platz. Weil ob sie das hier macht, weiß ich nicht. Oh, unser Ticket. Wo ist jetzt mein Ticket? Ich habe doch gerade ein Ticket gekriegt. Wo ist denn das Ticket hin? Wo ist mein Ticket? Wo ist mein Ticket? Was ist dein Ticket? Was ist das denn? Äh, ich hoffe, die macht das jetzt. Aber wieso macht die das hier nicht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na ja Wo ist mein Ticket? Ich habe doch gerade ein Ticket gekriegt Okay, was können wir noch freischalten? Was? Bekleidungsgeschäft Friseur Was ist denn das? Ein Müllverwerter Trash-Magazin Energieriegel So, dann schauen wir uns das gleich direkt mal an Eww, wieso macht denn der nix? So Wir haben einen Müllverwerter, das ist sowas Großes Warte, warte, warte Nee, mach hier so das Kann hier nicht hin So, dann einen Müllverwerter Metallträger Sind Metallträger noch hier? Nee, weil ich wieder umstellen müsste, ne? Auf Metallträger Und hier darf auch immer kein Zweiter rein, oder? Doch! Aber dann wohl ganz schnell So, und auch hier Haben wir ihn dazu rein Und hier ist noch gesperrt Alles klar Dann Haben wir irgendwo was Neues freigeschaltet? Hier ein Riegel Kakao und Poutine Wo soll ich denn das hernehmen? Ich glaube, ich muss hier alles niederwalzen Wo ist hier die Uhr? Da unten, gell? Kann ich da auch noch einen dazu packen jetzt? Nee Hier auch noch nicht Okay, alles klar So, die bringen wir wieder zurück Wo sie hingehört Das heißt, ich würde noch einen Laden brauchen Aber ich hatte doch ein Ticket Wo ist mein Ticket? Ich weiß nicht Wo mein Ticket ist Okay, ich würde noch zwei Okay, ich würde noch zwei Weitere Läden bauen können Aber das schauen wir uns dann Am besten Was habe ich denn hier gemacht? Nee So nämlich So nämlich Das ist klar, dass keiner kaufen kann Sonst probiere ich das nochmal Was mit meinem Ticket passiert Wo sind meine Ticket? Ich habe das doch gesammelt Eine Tischsäge Das ist meine Ticket Ich habe das auch gesammelt Ich habe das auch gesammelt Ich habe das auch gesammelt Okay, wenn ich jetzt sage Ich bin gespannt Ob sie das dann herbringt Und ich will das da drüben haben Irgendwo ist da noch was Wie komme ich da hinten irgendwie ran Ohne dass ich bauen muss Ich weiß nicht Ob die das da hinbringt Was ist denn das? Agentenbericht Was ist denn das? Was ist denn der Agentenbericht? Was mache ich denn mit dem? Naja So Wir haben ein bisschen was Auf jeden Fall Geschafft Ich mache jetzt ein kurzes Kleines Brötchen Und wir sagen Wir sehen uns dann Am Morgen Gewohnt Wieder Ich sage Vielen Dank Und bis morgen Bis morgen Bis morgen Bis morgen Bis morgen Wir sehen uns dann